Schönen guten Abend. Es war eine bittere Niederlage in der Regionalliga für den 1. FC Saarbrücken vergangenen Samstag gegen Mannheim. Damit ist der Aufstieg in weite Ferne gerückt. Viel Zeit zum Analysieren blieb aber nicht. Der FC musste heute wieder ran. Heimspiel gegen Balingen und so viel kann ich schon verraten. Es war ein kurioses Spiel. Nur 1800 Zuschauer in Völklingen, aber der 1. FC Saarbrücken braucht auch nur 6 Minuten, um zum ersten Mal Druck aufzubauen. Mändler mit dem Blick für Müller. Und Jänicke völlig unbewacht. 1 zu 0, 4. Saisontreffer für Tobias Jänicke. Die schnelle Reaktion auf das Mannheim-Trauma. Müllers Flanke mit dem perfekten Timing. Jänicke sicher, aber auch völlig unbedrängt. Bis zur Halbzeit passiert dann wenig, bis auf diese Szene. Klares Foul an Perdeday. Aber beim FC wird notiert, wie schon in Mannheim auch heute kein Elfmeter. Gilsarion steigt Perdeday mit Wucht auf den Fuß. Fehlentscheidung von Schiri Herbert. Mit viel Aufregung und einer blau-schwarzen 1-0-Führung geht es in die Halbzeit. Und die Aufregung hält an. Denn Achtung, Lauble tritt brutal gegen Kilgormes. Eine rotwürdige Tätlichkeit, die der Schiedsrichter nicht sieht. Und der Schiedsrichter nicht so gut ist, dass der Schiedsrichter nicht so gut ist, dass der Schiedsrichter nicht so gut ist. Und die Saisontreffer 16 für Saarbrückens Topstürmer. 2 zu 0, 58. Minute. Und dann Achtung, absolut kurios. Der Balinger Schmitz schießt diesen Freistoß direkt ins eigene Tor. Weil er aber indirekt auszuführen war, gibt es Eckball für Saarbrücken. Und aus diesem Eckball entsteht diese Szene. Mändler auf den eingewechselten Jurcher. 3 zu 0, 71. Minute. Und Jurcher gleich wieder im Fokus. Foul von Gilsarion Amsabrücker. Und dann doch mal Elfmeter für den FC. Markus Mändler ohne Kompromisse. 4 zu 0. Der FC tritt im zweiten Abschnitt absolut souverän auf und hat Lust auf mehr. Jurcher Jakob. Und Perdedei 5 zu 0. In einem nicht alltäglichen Spiel. Die Mannheim-Schlappe scheint fürs Erste verdammt. Oder? Ich glaube, da muss man sich nur das Spiel und das Ergebnis anschauen. Ich denke ganz gut. Ich habe gerade den Jungs gesagt, dass sie das wirklich gut heute gelöst haben. Ich denke, es war keine einfache Situation. Nach dem verlorenen Highlight-Spiel am Wochenende hat die Mannschaft das heute sehr gut hinbekommen. Und dementsprechend können wir mehr als zufrieden sein heute. Saarbrücken spielt vor allem in der zweiten Halbzeit sehr guten Fußball und trifft fünfmal gut für die Seele, gut für das Torverhältnis. Die nächste Aufgabe wartet schon Freitagabend. Dann geht es für das Team von Dirk Lottner zum FK Pirmasens.